So, dann schauen wir mal die Sprüche an. Die Feuerpfeile haben wir auf 6. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ach, vielleicht sollten wir mal dran denken, auch mal ein bisschen Feuernesseln oder irgendwelches Mana-haltiges. Gewächs zu essen. Wo sind denn hier meine Feuernesseln? Und hier. So, dann gucken wir mal. Feuerpfeil, ja gut. Die Feuerpfeil, Feuerpfeil. Da bin ich mal gespannt. Das war da, wo die vielen Pilze da waren. Mal gucken, wie viel Mana das da braucht. Da ist er. Der hat mich noch nicht gesehen, das haben wir eben schon gehabt. So Ork Speer ist das. Das hat ja gar nichts gebracht. Los, spring raus. Das Ganze nochmal von vorne. Jetzt ist die Feuernessel wieder weg. Nicht die Feuernessel, sondern... Wo ist denn jetzt hier der Feuerpfeil? Da ist er. So, nochmal probieren. Hoffentlich ist er ein bisschen angeschlagen, der Ork. Oh, der steht da. Gar nicht, gar nicht. Den hat es überhaupt nicht beeindruckt, dass ich ihn mit einem Feuerpfeil erwischt habe. So, jetzt nehmen wir mal einen anderen Trick. Versuchen wir mal einschlafen zu lassen. Weil der ist ja sofort aggressiv und haut mich ja gleich einen auf die Arme. So, mal gucken. Bleibt eigentlich immer ganz gerne hier hängen. So, wo bist du? Tizer. Schläft der jetzt? Nee, der schläft nicht. Wieso schläft der nicht? So was doofes. Mal gucken, ob die Windhose was ausrichten kann. Weil mich bemerkt. Abracadabra. Und es ist nichts passiert. So, jetzt mit Drang der Geschwindigkeit ein bisschen auf die Pfeile. Schießen hätte ich beinahe gesagt. Zack. Zack. Und raus. Wieso geht der nicht raus? So. Noch ein Versuch. Und zwar mit einem anderen Trick. Ich habe mal erstmal was auskundschaftet. Mal gucken, ob dieser Trick funktioniert. Hallo Ork. Huhu. Bemerke mich. Hallo. Huhu. Jetzt. So. Ganz schnell raus. Und sowas von schnell raus. Der ist ja, glaube ich, ein Tucken schneller als ich. Ah. Funktion nuckelt nicht. Kommt mir nicht nach. Aha. Okay. Mhm. Jetzt kommt er. Mist. Ich dachte, der bleibt da stehen. Macht diesen Moonwalk-Kram. Genau. Richtig. Genau. Jetzt mal großen Abstand zu ihm gewinnen. Ein bisschen durch die Gegend springen. Und jetzt. Hier wieder hin. Hier hochklettern. Pfeilen Bogen ziehen. Da ist er. Ja, es klappt. Oh, da gehen noch mal Pfeile drauf, Alter. Okay. Lustig. Die Pfeile stoppen kurz vorm Ork. Oh, da gehen. Oh. Oh. Vielen Dank.